Auf die Plätze, fertig, los! Ich bin Nils, ich bin 25 und ich gehe mit dem Ganzen die Stimme. Ich bin Max, bin 22 Jahre und spiele Bass und versuche mich an Becko und Gesang. Ich bin der Philipp, bin 20 Jahre alt und nicht Trommel. Ich bin Pascal. Ich bin 22 Jahre alt und ich spiele die Talle. Yo, wir sind Fikasson, die Boygroup aus deiner Stadt. Check this out. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns bei 1, 2 oder 3 kennengelernt. Wir sind beide aufs selbe Feld gesprungen. Beide auf die 2. Warum willst du eine Band gründen? Eigentlich habe ich Bock, das Musik zu machen und alleine macht es keinen Spaß. Ja. Ja. Es gibt viele Dinge, die wirklich toll sind. Also wenn man jetzt eine neue CD fertig hat oder wenn man dieses riesige Konzert spielt wie August Rock. Beides so Konzerte, die man sich schon so als Kind wünscht, da zu spielen. Also man war halt früher öfter mal da. Dann hat man sich dann so vorgestellt, irgendwann will ich auch mal da auf der Bühne stehen und dann ist das diesen Sommer dann auch in Erfüllung gegangen. Als wir bei August Rock spielen durften. Ja, wir hatten einmal einen ziemlichen Katastrophenauftritt. Da war es halt so, mir ist eine Seite gerissen, ich bin über einen Teppich gestolpert, ich habe einen Schuh verloren. Ja, was war da noch so los? Da war einiges los. Verehrtes Publikum, wir haben euch was mitgebracht. Unsere aktuelle EP, Fuse of Fire. Zeig doch mal welche Titel da drauf sind. Das ist ein Song, da kommt dann mal Speech of Fire. Danach kommt Doc Days. Dann kommt der ganz Linger. Siehste? Ja, ich sehe. Aber hier fängt Pantagram schon an. Nee, nee, oder? Ja doch, 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 doch. Der Skit ist nur ganz kurz, der geht nur einmal rum. Wahrscheinlich nur einmal so. Einmal so. Einmal so. Äh, It's like you and me, Hamami. Jetzt packen wir die besser wieder ein. Vielleicht nicht. Und? Da ist sogar ein Foto von Max. In fünf Jahren sehe ich uns ganz, ganz, ganz woanders als hier. Auf großen Bühnen, auf Tour. Wir haben ganz viel Spaß und machen nur noch Musik, nichts anderes. Ich bin sehr froh, dass ich in dieser Band sein darf. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Wir müssen noch mal wissen. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Untertitelung des ZDF, 2020